Ja, Hauptsache, da schießt erstmal schon mal jemand auf uns. Ich bin unter Beschuss. Was ist das denn für eine geile Ansicht? Ich bin nur am Nachladen. Ich habe den übelsten Bug. Wie geil ist das denn, Alter? Bleib am Leben, Varro. Okay. Leg dich irgendwo. Warum bist du tot? Ich war schon vor dir tot. Nein, warst du nicht. Warum bist du tot? Ja.